Für die Geschichte bis 1918 siehe, für die Geschichte von 1918 bis 1993 siehe. Nach der Samtenenrevolution 1989 zeichnete sich bald ab, dass die föderative Tschechoslowakei auf Dauer keinen Bestand mehr haben würde. 1990 führten beide Teilstaaten wieder eigene Staatssymbole ein. 1990 errichtete die Slowakei ein eigenes Außenministerium, 1992 folgte damit auch der tschechische Teilstaat. Die Konflikte gipfelten im scherzhaft Gedankenstrichkrieg genannten Streit über den Namen der Föderation. Nachdem das Konzept einer Konföderation gescheitert war, deklarierte am 17. Juli 1992 die Kasekunden-Slowakische Parlament, der Slowakische Nationalrat, die Selbstständigkeit der Slowakei. Die Ministerpräsidenten der beiden Teilstaaten Václav Klaus und Wladimir Mekia vereinbarten gegen den Willen der Mehrheit der Bevölkerung eine Teilung der Tschechoslowakei in zwei souveräne Staaten. Am 20. Juli 1992 trat Staatspräsident Václav Havel von seinem Amt zurück. Am 25. November 1992 wurde das Gesetz über die Auflösung der CSFR im föderalen Parlament verabschiedet. Am 16. Dezember 1992 hat der tschechische Nationalrat das Parlament des tschechischen Teilstaates die neue Verfassung der tschechischen Republik als demokratischer Rechtsstaat verabschiedet. Die Charta der Grundrechte und Freiheiten, die im Januar 1991 von der tschechoslowakischen Föderalversammlung beschlossen worden war, wurde unverändert von Tschechien übernommen. Die heutige unabhängige tschechische Republik wurde am 1. Januar 1993 ausgerufen. Der tschechische Nationalrat hat sich in das Abgeordnetenhaus des Parlaments der tschechischen Republik umbenannt und wählte am 26. Januar 1993 Václav Havel zum ersten Präsidenten der Neuen Republik. Václav Klaus bildete eine Vierparteienregierung. Die tschechische Krone wurde neue Währung. 1990er Jahre Am 30. Juni 1993 trat das nun unabhängige Tschechien dem Europarat bei. 1994 bis 1995 war das Land nicht ständiges Mitglied des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen. 1993 wurde das erneut das EU-Assoziierungsabkommen unterzeichnet. Ein Assoziierungsabkommen unterzeichnete 1991 bereits die Tschechoslowakei. Der Ratifizierungsprozess wurde aber infolge der Auflösung der Tschechoslowakei unterbrochen, wurde Tschechien OECD-Mitglied. Am 31. Mai und 1. Juni 1996 fanden die ersten Wahlen zum Abgeordnetenhaus statt. Die regierende Mitte-Rechts-Koalition verlor jedoch ihre Mehrheit. Klaus trat am 23. Juli 1996 mit seinem zweiten Kabinett das Amt des Ministerpräsidenten neuerlich an. Seine Regierung musste sich jedoch von den Sozialdemokraten Milos Zemans tolerieren lassen. 1997 endete die wirtschaftliche Wachstumsphase in einem Bankenkrach, im Laufe dessen zwölf Finanzinstitute Insolvenz anmelden mussten. Die Schuld lag unter anderem an der Verflechtung industrieller Großkomplexe, die durch faule Kredite künstlich aufrechterhalten worden waren. Die tschechische Wirtschaft fiel in eine Rezession. Am 21. Januar 1997 wurde die deutsch-tschechische Erklärung unterzeichnet und am 24. April hielt Präsident Havel vor dem Deutschen Bundestag eine Rede. Im Juni desselben Jahres mussten infolge des oder Hochwassers 40.000 Menschen evakuiert werden. Der Gesamtschaden betrug 2,5 Milliarden Euro. Ministerpräsident Watzlaw Klaus trat am 30. November 1997 aufgrund einer Spendenaffäre zurück. Sein Nachfolger wurde Josef Tosowski. Am 20. Januar 1998 wurde Watzlaw Havel als Präsident wiedergewählt. Bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus am 28. Juni 1998 gewannen die sozialdemokratische CSSD mit Milos Zeman und konnten die Regierung bilden. Sie wurden von der oppositionellen ODS toleriert. Am 12. März 1999 wurde Tschechien gemeinsam mit Polen und Ungarn Mitglied der NATO. In Prag wurde am 25. September 2000 die K-Sekundentreffen des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank veranstaltet. Begleitet von Straßen und Ruhen und Demonstrationen. Die Auseinandersetzungen um die Besetzung des Intendanten des tschechischen Fernsehens Česka Televice ließen 2000 unter anderem auch die Feindschaft zwischen Watzlaw Havel und Watzlaw Klaus wieder hervorbrechen. Klaus und die Demokratische Bürgerpartei ODS wurden beschuldigt, mehrere ihrer Anhänger in die Toppositionen des Senders manövriert zu haben. Darunter auch Jerzy Hodak als Direktor. Dies löste die größten Demonstrationen in Tschechien seit 1989 aus. Als Folge trat Hodak zurück. Tschechien bekam ein neues Mediengesetz, Zweifel über die Unabhängigkeit der Česka Televice waren jedoch bei weitem nicht beseitigt. Die führende Rolle der CSSD wurde bei den Parlamentswahlen 2002 bestätigt, bei der insbesondere die Kommunisten hinzugewinnen konnten. Neuer Ministerpräsident wurde der Sozialdemokrat Wladimir Speidela, der eine Koalitionsregierung mit der christdemokratischen KDU-CSL und der Uniswobadi bildete. Im August 2002 liet Tschechien, wie auch andere Teile Mitteleuropas, unter schweren Überschwemmungen. Teile von Prag und anderen Städten oder Dörfern mussten evakuiert werden und Kulturgut wurde zerstört oder beschädigt. Am 28. Februar 2003 wurde Watzlaw Klaus zum zweiten Präsidenten der Tschechischen Republik gewählt. 2004 gab Speidela nach einer Wahlniederlage bei den Europawahlen sein Amt an Stanislaw Groß ab. Der jedoch 2005 seinerseits wegen einer Korruptionsaffäre zurücktreten musste und von Jerzy Parubek abgelöst wurde. Beitritt zur Europäischen Union Am 17. Januar 1996 reichte die tschechische Regierung den EU-Beitrittsantrag ein. Die Beitrittsverhandlungen wurden 1998 eingeleitet und am 16. April 2003 wurde in Athen von Präsident Watzlaw Klaus und Premierminister Wladimir Speidela das Beitrittsabkommen unterzeichnet. Von den etwa 55,21% der tschechischen Wahlberechtigten, die am Referendum über den Beitritt zur Europäischen Union teilnahmen, stimmten 77. 33% einem Beitritt zu. Am 1. Mai 2004 trat die tschechische Republik dann mit weiteren mittel- und osteuropäischen Staaten der Europäischen Union bei. Gegenwart Am 2. und 3. Juni 2006 wurden bei den Wahlen zum Abgeordnetenhaus die CSSD von der konservativen ODS geschlagen. Große Verluste erlitten auch die Kommunisten, die grüne Stranazilin nicht übersprang erstmals die 5%-Hürde. Die Regierungsbildung gestaltete sich aufgrund eines Pats im Abgeordnetenhaus zwischen den beiden Lagern schwierig. Erst Anfang 2007 fand die neue blau-schwarz-grüne Regierungskoalition im Parlament die notwendige Unterstützung. Nachdem zwei CSSD-Abgeordnete angekündigt hatte, diese zu tolerieren. So verfügte die neue Regierung unter Mirektor Polanak über keine stabile Mehrheit. Seit dem 21. Dezember 2007 entfallen aufgrund des Schengener Abkommens alle Grenzkontrollen zu den vier Nachbarländern Tschechiens. Am 1. Januar 2009 übernahm Tschechien unter Ministerpräsident Mirektor Polanak zum ersten Mal die Präsidentschaft im Rat der Europäischen Union. Die tschechische EU-Ratspräsidentschaft 2009 war von der weltweiten Finanzkrise geprägt. Nach mehreren von der CSSD initiierte Misstrauensvoter musste die Regierung am 24. März 2009 noch während der EU-Ratspräsidentschaft schließlich zurücktreten. Klaus beauftragte den Leiter des tschechischen Statistischen Amtes Jan Fischer mit der Bildung einer Übergangsregierung, die die Regierungsgeschäfte bis zu den vorgezogenen Neuwahlen im Oktober 2009 führen sollte. Am 10. September 2009 entschied das Verfassungsgericht, dass das Verfassungsgesetz zur Durchführung der vorgezogenen Wahl ins Abgeordnetenhaus verfassungswidrig ist. Das Gesetz wurde mitsamt der Verkündung der Wahl durch den Präsidenten aufgehoben. Die bereits in Vorbereitung befindliche Wahl am 9. und 10. Oktober wurde damit gestoppt. In einer daraufhin durchgeführten Verfassungsänderung erhielt das Abgeordnetenhaus das Recht, sich selbst aufzulösen. Was Neuwahlen zur Folge haben sollte. Ein Versuch des Abgeordnetenhauses sich kurz danach aufzulösen scheiterte aber an mangelnder Unterstützung insbesondere von Seiten der CSSD. Erst Ende Mai 2010 konnten die Parlamentswahlen in Tschechien 2010 durchgeführt werden. Am 13. Juli 2010 wurde von einer Koalition aus den bürgerlich-konservativen Parteien ODS und TOP 09 sowie der durch die Wahl erstärkten Partei WC-Verein die Regierung PETR-Nickers gebildet. Die Grünen und die KDU-CSL scheiterten an der 5-Prozent-Hürde. Im April 2012 entschloss WC-Verein nach harten parteiinternen Auseinandersetzungen aus der Regierung auszutreten. Jedoch wollten einige Abgeordnete und die amtierenden Minister der Partei diesen Schritt nicht mitmachen und traten ihrerseits aus der Partei aus. Sie schlossen sich zur Partei LIDEM zusammen und sicherten so die Regierungsmehrheit. Nachdem sich sowohl der Senat als auch das Abgeordnetenhaus des Parlaments für diese Neuerung ausgesprochen hatten, war die Präsidentschaftswahl 2013 erstmals eine Direktwahl, Miloš Zeman gewann in der Stichwahl gegen Karel Schwarzenberg. Am 17. Juni 2013 trat PETR-Nickers nach der Verhaftung seiner Büroleiterin wegen Korruptions- und Amtsmissbrauchsvorwürfen zurück. Zeman installierte eine Regierung unter Jirji Rosnog. Nach den vorgezogenen Neuwahlen 2013 konnte trotz von Zeman befeuerter innerer Streitigkeiten in der CSSD Bohuslav Sobotka eine neue Regierung mit ANU 2011 und der KDU-CSL zu bilden, welche Zeman am 29. Januar 2014 angelobte. Untertitelung des Zeman- und 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 Vielen Dank.